Mein Name ist Boy, Klaus Boy und ich bin seit der Wendezeit bis zum heutigen Tage als Gästeführer der schönen Insel Rügen tätig. Touristik ist also eine Sache, die wir hier mit Leidenschaft machen und betreiben und die auch früher schon in meinem früheren Leben auch schon eine gewisse Rolle gespielt haben. Denn Binz mit seinem FDGB-Heim, mit seinen entsprechenden Einrichtungen waren ja immer Partner sozusagen von der Einrichtung, wo ich früher tätig war. Das war das Haus der Nationalen Volksarmee. Wir haben uns in der gesamten Kulturszene der ehemaligen DDR bewegt. Nach Proor kamen sie alle von den Pudis über Frank Schöbel und die Angehörigen, die Armeeangehörigen, ihre Familien, die Kinder, die Schulklassen und viele Jugendliche bei den Jugendkonzerten waren immer ganz begeistert, wenn es hieß, jetzt kommt Karat, jetzt kommt die nächste Gruppe City, Silly oder wie sie alle hießen damals. Heinz Quermann, der damalige Kulturboss Nummer eins hier im Fernsehen zum Beispiel, war regelmäßig Gast bei uns im Haus und wurde dann befragt. Man konnte ihn befragen und das ging teilweise auch sehr kritisch zu. Und das war also immer eine Sache, die man dann mit viel Engagement, mit viel Spaß gemacht hat. Das Ende des Hauses der Nationalen Volksarmee war natürlich dann nicht mehr ganz so lustig und stimmungsvoll. Da wurden wir dann in zwei Gruppen entlassen. Man konnte ja kaum glauben, was da passierte. Und deswegen hatte man auf einmal Kollegen, mit denen man so viele Jahre zusammengearbeitet hatte, die waren dann auf einmal doch ein bisschen entfremdet, ein bisschen misstrohisch. Und das Leid am Ende hat uns dann wieder zusammengeführt, wie man so schön sagt. Also das Ergebnis war, alle wurden entlassen und als alle entlassen waren, waren wir wieder alle gleich.